Wir waren in China unterwegs und haben überlegt, wie nennen wir diese Batterie? Und dann haben wir gesagt, den nächsten Straßennamen, den wir sehen, so nennen wir sie. Und das war die Icehouse Street. Und wir hatten ja gerade ein Verbund von Nico, von dem Namen Berlin, also der Hersteller Nico. Und das ist unser Verbund, das ist die Antwort auf Berlin, unser Gegenstück aus dem Hause Pyro-Preschen. Auch ein Verbund, einmal zünden und komplett. Wir sind gespannt. Nagel neu und ebenfalls Favorit, Icehouse Street Nummer 85, Jens. Gib alles, Feuer frei! Wow! Hm. Wow! Cool. Wow! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Absolut fantastisch, Bastik, die Reise nach China hat sich wirklich gelohnt Icehouse Street war das